Willkommen zur EWO-Elf-Alpha. Was könnte ich jetzt ehrlich machen? Mut. Oh, nü. Kann ich springen, ne? Hä? Das kann ich jetzt hier machen. Space. Ja, drück ich. Hä? Shift. Und jetzt? Ich verstehe es noch nicht ganz, was ich hier machen soll. Alter, ich kann irgendwie nichts machen. Ich bin Medic, aber ich kann irgendwie nichts machen. Verstehe ich nicht. Okay, jetzt doch schreibe ich nicht so gut. Okay, jetzt. Ich bin immer noch. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Ich kann es nicht. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Ich kann hier auch was scannen, ja, aber mehr irgendwie auch nicht Hm, keine Ahnung Das war gerade irgendwie übelst, äh, Brian Fuck Keine Ahnung, was das war Hm Ich hab keine Ahnung, was das war Hm Irgendwann mal, bis die Zeit umabgelaufen ist Vielleicht passiert dann irgendwas, äh, Spannenderes Irgendwie konnte ich gerade nichts machen, ne? Ich konnte nicht angreifen, ich konnte Ich wüsste, ey, das ist totaler Quatsch So, eigentlich, und Los geht's Aber, warum bin ich denn Mute Players? Keine Ahnung, warum kann ich jetzt nicht starten? Achso, wir müssen jetzt warten Na gut Wie wir als Monster nicht spielen Ich bin jetzt total anweilig Okay, nächste Map, Fusion Plant Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt wieder als Monster spiele, ne? Irgendwie bin ich da nicht drauf klargekommen Und dann schon, dass man nichts machen kann, also kein Attack oder sonst irgendwas War schon wahnsinnig langweilig Und die Ladezeiten sind verdummt Ich hab, ähm Heute ist Samstag und seit Freitag ist es draußen Und ich hab, äh, die Nacht probiert, ein Spiel zu finden Und ich hab zwei Stunden lang im Search-Modus verbracht Aber ich kenne das, ganz ehrlich Das war ziemlich langweilig Na Wow So Wait for player to load Ich bin gespannt Crunch, Hashtag, nie Glück Ah, jetzt kann ich was Machen Oh, cool Oh Gott Das Vieh scheint ziemlich kurz zu sein Oh Gott Der möchte mal gespannt Was bin ich jetzt, oder was? Yep Run Run Was ist das? Da sehe ich Viecher. So, ich kann aber auch gerade zum Alltag im Kick. Oh, da sind sie. Und mal abhauen. Oh, dann können wir auch fliegen. Oh, da bin ich noch hinter mir. Ich war im Arsch. Oh, da bin ich jetzt hier allein, oder was? Da ist noch jemand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wie lange bin ich denn hier quasi gefangen, Alter? Was ist denn dann angezeigt? Oh. 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 Daisy. Ich bin der letzte, Alter. Oh. Oh, hier ist es dicht. Ich bin tot. 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 Ich bin tot.